Hey, hier ist Kamal von Vestbox und wir befinden uns gerade bei HTC hier in der Hauptzentrale und schauen uns ein Smartphone an, das wir alle schon kennen, nämlich das HTC One, aber nicht in der Farbe Glacial Silver oder vielleicht Glamour Red, sondern in einer Limited Edition und das ist Gold. In der Version mit 18 Karat Gold, es gibt nur fünf Stück davon, eines wurde verlost und die restlichen vier, die kriegt man für 2700 Pfund, natürlich britisch. Ansonsten ist technisch gesehen alles gleich geblieben, 4,7 Zoll Full-HD-Display, 2 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core-Prozessor und ja, ansonsten ist das Android OS 4.2.2, ansonsten mit HTC Sense, mit den ganz neuesten Features und es gibt keine großartigen Neuerungen, bis auf die Optik, das Ganze ist wirklich Gold, also echtes Gold und es funkelt überall, man sieht also Fingerabdrücke sofort und ansonsten, ja, das ist das Telefon HTC Gold in der Limited Edition, ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.